Servus zusammen, hier ist mal wieder der Tom mit einem kleinen Informationsvideo. Mich haben ganz, ganz viele Nachfragen erreicht natürlich mit dem Verbleib von Videos, dem Verbleib von Streams und ob das jetzt alles hier überhaupt nicht mehr weitergeht. Das möchte ich ganz, ganz kurz beantworten. Ja, es ist viel passiert in den letzten Wochen. Ein paar von euch wissen es sogar schon und ich mache es jetzt kurz und schmerzlos. Wir erwarten Nachwuchs. Ja, Aline und ich werden unsere Familie entsprechend erweitern um einen nicht unbeträchtlichen Prozentsatz. Und naja, wie ihr euch vorstellen könnt, ist das eine Veränderung im Leben, vor der man Respekt haben sollte. Und das ist im Prinzip das, was in den letzten Wochen passiert ist. Ich zolle der ganzen Geschichte sehr viel Respekt und versuche natürlich darüber nachzudenken, wie kann ich mein Leben so umgestalten, dass ich das möglichst effizient in Angriff nehmen kann. Und dementsprechend natürlich auch die Überlegung, wie viel Zeit investiere ich in welche Aktionen. Ich denke aktuell beispielsweise wieder darüber nach, ob meine Freelancer-Tätigkeit der ganzen Sache genügend Sicherheit bietet. Und deshalb natürlich auch mal die Suche nach einer Festanstellung und solche Geschichten. Das heißt, die Prioritäten haben sich im Moment für mich natürlich massiv geändert. Und ich versuche mich ein bisschen darauf zu konzentrieren, Stabilität in mein Leben zu bringen. So konservativ das gerade klingt, umso es ist wichtig. Und es ist schwierig, weil bisher ist man natürlich mit seiner Zeit ein bisschen lockerer umgegangen. Das heißt, der Ernst des Lebens kommt jetzt auf mich zu. Ich habe bisher meine Freizeit natürlich damit verbracht, solche Projekte, solche Streams zu machen. Und das muss ich jetzt einfach ein bisschen besser takten. Zeitmanagement ist eine Frage und so weiter und so weiter. Und wer mich kennt, weiß, Zeitmanagement ist nicht mein Thema. Das ist jetzt nicht meine primäre Disziplin, weshalb ich jetzt einfach den ganzen Hobbyprojekten wie Octo Awesome und Minecraft eine kurze Pause gegeben habe. Meine super Internetverbindung, die ich hier habe, gibt natürlich das Übrige dazu. Ich konnte also sowieso nicht regelmäßig streamen, nicht zuverlässig streamen, weshalb die kurze Pause durchaus jetzt Sinn macht. Ich habe nicht vor, das Ganze vollständig aufzugeben. Aktuell, weil das ein bisschen verfolgt, hat festgestellt, ich habe den Fokus im Moment, wie gesagt, auf die Überlegung, wie funktioniert mein Arbeitsleben in Zukunft, aber auch auf den Fokus And Me, weil And Me nun mal eben dieses Projekt ist, das mir am allermeisten am Herzen liegt und wo ich ja vielleicht auch eine kommerzielle Zukunft sehe. Das heißt, ich habe da sehr, sehr viel gearbeitet. Ich werde auch parallel sicher noch ein paar Videos dazu aufzeichnen. Aber die Regelmäßigkeit, wie wir sie bei Octo Awesome hatten, die sehr zeitaufwendig war oder ist, kann ich im Moment einfach nicht mit ruhigem Gewissen leisten. Das ist der Grund, warum es im Moment ausfällt. Ich will es nicht ganz aufgeben. Ich weiß auch nicht, wann es da denn weitergehen soll. Letztendlich, wen das interessiert, der Geburtstermin ist erst Ende des Jahres. Also wir haben da noch ein bisschen Zeit, aber letztendlich stellt man natürlich jetzt die Weichen. Ich habe da keine Angst, aber ich habe sehr viel Respekt davor. Und deshalb versuche ich natürlich so frühmöglich darauf zu reagieren und das ist eben die aktuelle Zeit gerade. Also sehr turbulent, wir sind sehr, sehr glücklich, wir freuen uns sehr drauf. Aber es gibt dann halt auch ein paar Einschnitte, wie eben bei solchen Projekten, bei den Streams, bei den Videos, wo ich im Moment einfach ein bisschen zurückstecke, weil es eben sehr viel Zeit frisst und gleichzeitig keine Stabilität liefert. Und Stabilität ist eben das, was im Moment das Wichtige ist. Also ich hoffe, ihr seid mir nicht böse deswegen. Ich hoffe, ihr fiebert ein bisschen mit mit uns und ich bin sehr sicher, dass ich bald wieder so ein paar Sachen aufzeichne. Je nachdem, wie sich mein Zeitplan ausgeht und je nachdem, wie sich das alles ein bisschen stabilisiert. Also keine Sorge, uns geht's gut. Bleib einfach tapfer dabei und ich bin mir sicher, da kommen ein paar Sachen in Zukunft. Und ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie die ganze Sache läuft. Also dann vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns auf bald dick wieder. Bis dahin.